Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der ZF Group. Wir bei ZF planen und entwickeln nicht nur für die Zukunft, sondern wir bieten bereits heute Lösungen für die aktuellen Mobilitätsanforderungen. Wir sind mit unserer Strategie Next Generation Mobility schon seit einigen Jahren auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen, sicheren, verfügbaren, komfortablen und erschwinglichen Mobilität. Wir haben in einer Green Power Roadmap verankert, wie alle ZF-Aktivitäten bis 2040 klimaneutral werden. Und haben wir zehn Jahre früher als im Pariser Klimaabkommen vorgesehen. Wir erwarten, dass im Jahr 2030 weltweit mehr elektrifizierte Fahrzeuge verkauft werden als konventionelle. Und um der E-Mobilität den Weg zu ebnen, verfolgen wir eine ganzheitliche Strategie. Und darin spielt die Plug-in-Hybrid-Technologie eine wichtige Rolle. Effizientere Technologien zu entwickeln, erfordert eine Menge Erfahrung, Kompetenz und Denkleistung. Wie leistungsfähig unser Programm ist, zeigt die Weltpremiere hier auf der IAA des modularen E-Drive-Kits. Es bündelt unsere gesamte Expertise unseres E-Mobilitätsteams bei Systemlösungen, Komponenten und Softwaresteuerung in einer flexiblen und modularen Plattform. Unser Modular E-Drive-Kit kann vom Kompaktwagen mit 75 kW und 400 Volt Inverter bis zum Premium-Segment mit 400 Kilowatt und 800 Volt Inverter auf Silizium-Kabit-Basis alles abbilden und bietet damit eine größtmögliche Spreizung. Und unter allen Kennzahlen unseres Modular E-Drive-Kits ist uns aber einer am wichtigsten, die 50. Denn wir reduzieren die Entwicklungszeiten für E-Antriebe für den Automobilhersteller um bis zu 50%. Wir zeigen heute auf der IAA Mobility eine Premiere. Die jüngste Generation der ZF Pro AI, die in Europa erstmals öffentlich präsentiert wird. Sie ist nicht weniger als der derzeit flexibelste und leistungsstärkste Supercomputer für die Automobilindustrie. Auch dieser Meilenstein ermöglicht es ZF schon heute Gesamtsysteme für den autonomen öffentlichen Nahverkehr anzubieten. Dankeschön. Sehr interessant zu sehen. Alles Gute und viel Erfolg.